Lasst uns ihn willkommen heißen, Hermann Scherer. Vielen Dank. Wunderschönen guten Nachmittag oder Vormittag, oder ist ja auch egal, was es ist. Ihr Lieben, drei Fragen an euch, um euch besser kennenzulernen. Erste Frage, wer von euch ist innovativ, neuen Dingen aufgeschlossen? Ist nur zum Warmwerden. Zweite Frage, wer von euch ist leidenschaftlich? Gegenfrage, woher wisst ihr das? Dritte Frage, und die bitte sehr selbstkritisch zu beantworten, wer von euch ist sexy? Okay, ja, ich weiß, erste Reihe darf immer. Ich weiß auch, die Frage ist wahnsinnig schwer noch dazu, wenn du mit einem Ehepaar oder sowas unterwegs bist. Wenn du als Paar unterwegs bist, dann geht das gar nicht mehr, weil da kommt so eine Dynamik auf ein und sagt, willst du dich etwa melden? Dann kommt so die Gegenfrage, findest du mich etwa nicht sexy? Warum hast du mich ausgesucht? Und dann hast du ja eigentlich schon verloren. Und das Einzige, was ich mein ganzes Leben mache, und darum geht es heute, ich versuche Menschen, die sexy sind, zu sichtbar zu machen, Menschen, die nicht sexy sind, sexy zu machen und auch sichtbar zu machen. Ich habe irgendwie die Schnauze voll. Es gibt so unheimlich viele Menschen, die eine Wahnsinnsqualität haben. Die schicken mir Bewerbungen, schicken mir irgendwas, wo dann drin kommt, was die alles können, was die alles gelernt haben. Und dann frage ich die, wie viel verdient ihr mit dem? Und dann sagen die, viel zu wenig kann meine Miete nicht bezahlen. Und ich stelle fest, du brauchst Qualität, die ist wichtig. Können wir uns darauf einigen? Könnt ihr einmal alle mit Ja antworten, wenn ich sage, Qualität ist wichtig? Ja. Habe ich nicht verstanden. Qualität ist wichtig? Ja. Qualität ist wirklich wichtig? Ja. Wunderbar, sehr schön. Aber Qualität allein reicht überhaupt nicht aus. Du brauchst noch was anderes. Ich will euch zwei Beispiele mitbringen. Die kennt ihr alle. Den einen kennt ihr nicht so gut. Professor Doktor Dudenhöfer. Der ist der Autopapst in Deutschland. Der ist jedes Jahr mindestens einmal in der Tagesschau. Und die Frage ist seit 17 Jahren immer die gleiche. Professor Doktor Dudenhöfer, wie sehen Sie die Automobilindustrie? Und er antwortet, sie steht vor großen Herausforderungen. Und die Fernsehsprecherin sagt, danke, Professor Doktor Dudenhöfer. Und ich stelle mir die Frage, hat der Ahnung von Autos? Wissen wir doch gar nicht. Aber der ist im Fernsehen. Und warum sind wir da nicht drin? Und der Punkt ist, wie kriegt man das Sinn? Und das zweite Beispiel kennt ihr alle. Ich habe von Sport nicht die geringste Ahnung. Müller Wohlfahrt, dieser Wahnsinnsarzt. Ich habe nur einmal eine Sportsendung gesehen. Fußballspieler spielt, wird gefoult und liegt so richtig da. Und du denkst dir, mein Gott, arme Sau. Ein Leben lang im Rollstuhl. Und dann sagt der Fernsehsprecher, und jetzt kommt Doktor Müller Wohlfahrt. Und der kommt ja nicht. Der gleitet. Der geht ja so. Und dann geht der hin und macht Tätschel, Tätschel, Tätschel. Und der Mann steht auf und spielt weiter. Und der Fernsehsprecher sagt, danke Deutschland, danke Doktor Müller Wohlfahrt. Und meine Frage an euch, muss der Kerl eine Tombola durchführen, um neue Kunden zu gewinnen? Nee, muss er logischerweise nicht. Und die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wie kriegt man das hin? Denn ihr müsst meine Geschichte kennen. Und ihr müsst auch wissen, warum ich so pervers ticke und denke. Ich bin eigentlich sowieso gar nichts. Aber ich bin Lebensmittelhändler gewesen. Und ich habe aber dann relativ früh schon, meine Schwester ist früh gestorben. Und ich war in große Schwierigkeiten und so weiter. Bin mit 14 zu Hause ausgezogen. Und irgendwann kam mein Vater doch noch auf mich zu und sagt, Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu überschreiben. Und ich sage, Mensch Vater, ich mag die Art, wie du denkst. Dann sagt er, pass auf, da wäre ein Geschäftshaus dabei, das ist ja so eine Million wert. Das wäre dann dein Haus. Dann sage ich, Mensch Vater, ich mag wirklich die Art, wie du denkst. Dann sagt er, naja, pass auf, Hermann, ein paar Schulden wären auch noch mit dabei. Die würdest du im Rahmen der Überschreibung mitbekommen. Dann sage ich, Vater, was verstehst du unter dem Paar? Und mein Vater fängt zu zittern an und sagt, Hermann, ich habe viele, viele Entscheidungen im Leben getroffen. War alles blöd. 4,8 Millionen. Und jetzt frag mich bitte nicht, war das Liebe, war das Selbstüberschätzung, war das Dummheit, war das irgendwas? Ich habe dieses Erbe angenommen. Das geht total einfach. Du fährst zum Notar, machst zwei Unterschriften und hast danach einen anderen Kontostand als vorher. Das war so die Phase, wo meine Sparkasse zweimal am Tag angerufen hat mit der Fragestellung, Scherer, wie geht es Ihnen eigentlich? Soll ich, warum interessiert Sie das? Haben die gesagt, wir sind an Ihrer Gesundheit interessiert. Und ich meine, mit knapp 5 Millionen Schulden, da panikierst du, ich habe gearbeitet wie eine Drecksau. Und nach zwei Jahren ruft mich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse an und sagt, Scherer, Sie waren sensationell, Sie haben signifikant Schulden abgebaut, Sie waren großartig. Wir haben jetzt mal errechnet, wie lange Sie noch arbeiten müssen, bis Sie schuldenfrei sind, wenn Sie so weiterarbeiten wie bisher. Sag ich, Mensch, das interessiert mich auch. Sag der, jetzt nur noch 137 Jahre. Da wusste ich, jetzt wird es eng. Und ich habe mir damals gedacht, pass auf, du musst irgendwas anderes machen, wo kriegst du wahnsinnig viel Geld und hast keinen Wahneinsatz mehr, wo gibt es nichts mehr zu tun. Das war Speakerton. Ich habe gesagt, komm, ich muss 5 Millionen in 5 Jahren abbezahlen. Und so bin ich Redner geworden. Das war die ganze Geschichte. Ich konnte nichts, ich hatte keinen Schulabschluss. Also habe ich gesagt, Mensch, Quasseln kriegst du immer hin. Und dann habe ich gewascht. Also das war die Geschichte. Aber, es war dann ja wirklich so, ich wusste nicht, wie kriege ich mich inszeniert. Und Jörg, die meisten von euch waren ja vorher schon da. Jörg hat es ja schon erzählt. Ich habe gesagt, Mensch, du musst irgendwas Großes machen. Und habe dann tatsächlich Bill Clinton eingeladen dazu. Da habe ich im Büro eben gesagt, Mensch, ich werde sogar mal mit Bill Clinton, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, zum Abendessen gehen und einen kleinen Vortrag halten. Sagt mein Büro, oh, Hermann war auf dem Seminar. Bis 10 Uhr ist der auch wieder normal. Und ich gehe am Nachmittag durch mein Büro, treffe meine Praktikantin. Sag ich, Mensch, was machst du denn gerade Schönes? Sagt sie, du, ich habe gerade im Weißen Haus angerufen. Sag ich, was? Sagt sie, ich habe im Weißen Haus angerufen und gefragt, ob Bill Clinton mit dir zum Abendessen geht und Vortrag hält. Sag ich, und? Sagt sie, ja, kein Problem, der kommt. Sag ich, einfach so? Sagt sie, ja, einfach so. Kostet halt. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was er unter Kosten verstanden hat. Er hat damals für 45 Minuten 450.000 verlangt. Das sind pro Minute 10.000. Da sitzt der Veranstalter so drin. Aber ich habe ihn dann schon mal eingeladen und war er da. Ihr seid lieb, danke. Also, hier durfte ich Billy Boy dann abholen. Ich habe ihn genannt, den intern Billy Boy, weil es irgendwie besser geklungen hat. Und die No Angels waren damals noch mit dabei. Die wollten pro Lit 100.000 haben. Da haben wir gesagt, Mensch, wenn ihr kostenlos kommt, dürft ihr Bill Clinton küssen. Dann kamen die kostenlos. Die Glitschkos waren noch mit dabei. Die wollten auch noch mal Geld haben. Den haben wir gesagt, wenn ihr kostenlos kommt, dürft ihr die No Angels küssen. Und so hat es dann wieder funktionieren. Und ich weiß noch, dann hat der, Clinton wollte unbedingt dann Schloss Neuschwanstein anschauen. Und dann haben wir gesagt, ja, Polizeipräsident ist gekommen. Ja, wir haben einen Hubschrauber hier, dann kann er da hinfliegen. Dann kam dieser Berater von Clinton und hat gesagt, pass auf, Herrmann, Clinton darf nicht Hubschrauber fliegen. Er darf nur dann fliegen, wenn drei Hubschrauber parallel aufsteigen, damit die Abschlussquote 1 zu 3 ist. Ich hatte damals noch 4,8 Millionen Schulden. Ich habe zum Polizeipräsidenten gesagt, das tut mir leid, ich kann mir nicht mal einen Hubschrauber leisten. Aber drei wird ziemlich heftig. Sagt er, kein Problem, Scherer. Wir haben den deutschen Steuerzahler, der regelt das. Also, danke nochmal an euch an dieser Stelle. Oder an eure Eltern, dass das gab. Vielen Dank. Und ich habe dann tatsächlich 3.000 Vorträge gehalten. Mein bester Tag war drei Vorträge an einem Tag in drei Ländern. Also, Frühstücksvortrag in Deutschland, mittags in Zürich, abends in Wien. Ich habe aufgehört damit. Ich inszeniere jetzt Menschen zum Markt. Das ist diese 100er-Liste, 37 waren bei mir. Und ich will euch ein paar Dinge aufzeigen, wie sowas tatsächlich funktioniert. Weil wir wissen, Wissen wird mit 500 Euro vergütet, Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und wir glauben immer, dass das Wissen so wichtig ist. Und ich erlebe das deswegen, dass es nicht stimmt. Ich halte manchmal Vorträge. Ich war jetzt wieder beim Novartis Business Colleague. Und dann schaue ich immer, was machen meine Teilnehmer zuvor. Und dann siehst du, ob Wissen oder Gänsehaut vermittelt wurde. Da habe ich mal ein Tischfoto mitgebracht. Das hat ein Teilnehmer gemacht bei dem Vortrag vor mir. Wenn Teilnehmer Smarties sortieren, wird es heftig. Das heißt also, was es in Wirklichkeit braucht, es braucht die Kompetenz. Und es braucht dummerweise die Inszenierung. Ich will euch zwei Bilder dazu mitgeben. Mein Doktorvater, Professor Doktor Muld. Ich habe dann gefragt, was heißt eigentlich Muld? Ich sage, der hat gesagt, Muld heißt, du hast so viele Doktortitel, dass du nur noch Muld draufschreibst, weil ich habe fünf Stück. Da sage ich, wow. Der kriegt, wenn er einen Vortrag hält, 400 Euro. Ich habe ihm 4.000 Euro bezahlt. Sagt der Hermann, ich habe eine Woche Urlaub genommen. Da sage ich, warum? Ich wollte es genießen, sagt er. Und dann gibt es einen anderen Mann, der hat sich inszeniert. Ich durfte lange mit ihm zusammenarbeiten. Ich habe ihm über 1.000 Euro bezahlt. Er hat vom Arbeitslosengeld gelebt. Ich habe ihm 1.000 Euro bezahlt, dass er zumindest davon leben kann. Irgendwann hat es dann geklappt mit seinem Buch. Das Buch heißt, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und der Mensch heißt Richard David Precht und ist von 0 Arbeitslosengeld auf 30.000 Euro in der Stunde gestiegen. Und das hat was mit Inszenierung zu tun und nicht mehr mit der Qualität. Und ich will euch so ein paar Bilder mitgeben, was Inszenierung bedeutet. Ihr alle kennt dieses Experiment von der Washington Post. Man hat damals in Washington bei einem U-Bahn- oder Bahnhofseingang den besten Violonisten der Vereinigten Staaten, Joshua Bell, der steht hier oder baut hier gerade auf, eben gebeten zu spielen auf seiner 2,5 Millionen Dollar Stradivari. Und man wollte herausfinden, er war so ein bisschen verkleidet mit Basecap und so weiter, man wollte herausfinden, wie sehr wird seine Musik honoriert. Er hat 18 Dollar erbettelt an diesem Tag plus 20 Dollar von einer Dame, die ihn erkannt hat, die nicht gewertet wurden. Und am gleichen Abend hat er die gleiche Musik gespielt mit der gleichen 2,5 Millionen Dollar Stradivari im Washington National Theater oder whatever und hat Eintrittsgelder für eine Viertelmillion Euro bekommen. Die Musik und Qualität war die gleiche, der Rahmen ist der Unterschied. Und wir Menschen sind eine rahmenbetonte Gesellschaft geworden, man könnte negativ sagen eine inhaltsleere Gesellschaft und du musst eben diesen Rahmen machen. Ich werde oft gefragt, bei Starbucks, bei Starbucks kostet der Kaffee 50 Cent, das ist so. Aber dieses, hey babe, what's your Vorname? I love you, Schnuffelpuffel. You like Laktose or not Laktose? I love you so much, baby. What's your Vorname, baby? I love you. Oh, give me the coffee, please. Das macht 6 Euro aus, das ist so. Ich werde immer gefragt, warum, ich komme aus Bayern, in Bayern gibt es das Oktoberfest, jedes Jahr die gleiche Diskussion, die Maßbier 10,50 Euro mindestens. Sag ich, nein, die Maß kostet 50 Cent, aber dass du mit 10.000 anderen Besoffenen da drin sitzen darfst, das macht 10 Euro extra aus. Dann sagen die, Mensch, Hermann, warum kostet die zweite Maß dann immer noch so viel? Ich sitze ja schon drin. Sag ich, ja, jetzt wird es lustiger. Und das ist so. Und nehmt Tim, Tim, ein sensationeller Musiker, großartig, super Mucke, aber er hat es nicht geschafft, irgendwie sich hinzubringen. Also hat er einen Masterplan entwickelt und dieser Masterplan habe ich mitgebracht, in Hamburg, in einem Restaurant, in einer Tischdecke. Wie werde ich der größte Rockstar? Henna in die Haare listen zu David Bamberg. Ich bin jetzt ab jetzt, also ich bin nicht bisexuell, aber ich bin jetzt ab jetzt bisexuell. Ich setze meinen Hut auf, ich gehe nie wieder nüchtern auf die Bühne. Nur noch ab 1,2 Promille, wer nüchtern ist, bleibt unten. Du musst besoffen sein, um zu spälen. Und er hat gesagt, Mensch, Tim ist ein schlechter Name. Tim, das klingt so nach Tim-Meleinchen, das ist schon auch gar nichts. Komm, wir streichen Tim und machen Udo Lindenberg draus. Und so ist Udo eben Udo geworden. Und der Punkt ist heute nicht nur die Qualität allein, sondern logischerweise die auch hinzubringen. Nehmt Julia Enders zum Beispiel. Ihr kennt die Geschichte, Dame, die Medizin studiert, also zu Ende studiert. Und ihre Kommilitonin, Originalzitat, sagt, hey, wie geht eigentlich Kacken? Und daraufhin erklärt sie 20 Minuten mit Feuer und Flamme, wie Stuhlgang funktioniert. Dann sagt die, da ist bald ein Science Slam. Hättest du Spaß, deinen Vortrag über Stuhlgang zu halten? Und dieses Mädchen hält deinen Vortrag über Stuhlgang mit PowerPoint-Folien. Da sind die sieben europäischen Konsistenzstufen drauf. Von zu hart bis flüssig. Und dieses Mädel bekommt Standing Ovations. Und es geht ein Verleger auf sie zu und sagt, hey, wollen Sie ein Buch über Stuhlgang schreiben? Und ganz im Ernst, wenn ich mich vor drei Jahren gefragt hätte, soll ich ein Buch über Stuhlgang schreiben? Ich hätte gesagt, lass es bleiben. Aber sie hat ein Buch über Stuhlgang geschrieben und hat über drei Millionen Bücher verkauft. Multimillionärin mit Stuhlgang. Zu Weihnachten gab es die Sonderedition. Darm mit Charme mit Schleife. Das ist so. Und jetzt kommen hier zwei Dinge dazu. Sie hat jeden Professor weltweit vom Publikationsthron gestoßen. Es gibt keinen Professor auf der Welt, der mehr publiziert hat über sein Gebiet als eben sie. Und mittlerweile sind Trend ausgelöst. Die ganzen Professoren schreiben nicht mehr so, wie sie geschrieben haben. Das war ja sowas wie Lateinisches. Fremdwort 1, Fremdwort 2, Fremdwort 3, Fremdwort 4. Titel ist zu Ende. Nein, die schreiben jetzt anders, weil sie den neuen Trend gesetzt hat. Guck den Professor an. Ein Keim kommt selten allein. Hurra! Also. Und was sind wir für eine Gesellschaft geworden? Guck mal. Den Kerl kennt ihr alle, unser Fernsehrichter. Die wenigsten wissen es, der war als Bundespräsident vorgeschlagen. Hallo! Mosi kennt man eh. Und vielleicht muss ich sogar noch so weit gehen. Ich habe euch vorher gefragt, ist Qualität wichtig? Ja, Qualität ist wichtig. Vielleicht ist es ja gar nicht wichtig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Qualität. Vielleicht. Ist es ja gar nicht so wichtig. Ich habe eine Schweizer Markenform im Vortrag gehalten. Vor mir Unilever Manager. Unilever ist so der Multibrand. Mit DAF, FA, wie die alle heißen. Steht auf der Bühne und sagt, wollen Sie wissen, wer ist Marktführer in Deutschland für Duschschaum? Ja, und dann denkst du schon, klar ist Zuhörer, es wird schon DAF oder FA oder irgend so eine Marke sein, die eben Marktführer in Deutschland für Duschschaum ist. Nein, der Marktführer in Duschschaum ist eine One-Man-Show oder One-Frau-Show. No CEO, no CFO, no COO, überhaupt ohne O. Es ist Bibi. Wer von euch kennt Bibi? Ja, Bibi. Bibi. Bibi! Bibi. Hey. Hallihallo, meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Zu einem sehr, sehr, sehr besonderen Video. Und wenn ihr spürt... Hey, da kaufst du schon, damit die aufhört. Und ich sage noch zu Hause bei mir und der Familie, ich sage noch, Mensch, welcher Idiot duscht bitte in Bibis Duschschaum? Sagt meine neunjährige Tochter zu mir, Papa, du jeden Morgen. Und ich schaue in diese blöde Duschschublade rein und sehe da so ein Coconut Crispy Donut Cream Schnuffel Pups, Stink-Normal-Pups, irgendwas. Und ihr alle kennt die Geschichte von diesem Ribery. Es war so ein Fußballmensch mit dem Goldenen Steak, oder? Ich war letzte Woche in Dubai, wollte da hingehen, essen gehen. Ich denke mir noch, Goldenen Steak, was soll dieser Mist? Da habe ich den mal gegoogelt. Er ist bekannt geworden, weil er dieses Salz so gestreut hat. So schwul, unästhetisch. Also ich meine, das ganze Salz nochmal über den verschwitzten Ellbogen drüber. So schöne Salzschwitze. Hat auf jedem Kontinent ein Steakhaus. Macht Millionen mit Steaks. Ihr wisst, was Gold kostet. Gold kostet ein Blatt, Gold kostet ungefähr vielleicht 5 Euro, wenn es ist. Aber wenn er es drauflegt, kostet es 1200 Euro. Ich habe den mal gegoogelt von der Positionierung her. Wikipedia, ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Sorry. Nusret Götschke. Aber was ich viel spannender finde, ist die Positionierung. Fleischer. Fleischer. Verdammter Mist. Also Turminzenierung ist wichtig. Ich will nur ein Bild mitgeben. Ich habe so ein Goldprogramm, wo ich Menschen inszeniere. Und ich mache das natürlich wie ein Perverser. Und ich mache das manchmal ethisch nicht so wertvoll. Ich will nur ein Bild mitgeben. Ich stelle immer Weltrekorde auf. Es gibt momentan 69 Weltrekorde bei Spikersheim. Es sind alle 69 von mir aufgestellt und alle 69 von mir gebrochen. Wir sehen dann so, es machen Weltrekorde. Und dann kommen diese Presseberichte zustande. Grazer triumphiert in München. Fürstenfelderin gewann mit Rede. Holt Award nach Villingen. Es kriegt ja jeder ein Award. Also es ist eh Quatsch. Dramatische Rede. Weltrekordhalter kommt von Mittelrhein und von 70 anderen Städten. Weil ja jeder ein Weltrekord hat. Und so weiter. Also so versuche ich tatsächlich. Bilder, die wir auch so nett hier. Es sind so 5 Minuten Reden, mit denen wir ein Weltrekord machen. Fand ich auch nett. Oberösterreicherin des Tages geworden. Also. Lauter so Käse. Er war ganz nett. Hat am Samstag den Slam gemacht. Weltrekord 5 Minuten. Ich habe mir erklärt, wie er Pressearbeit machen soll. Am Mittwoch in der Früh um 8 Uhr ruft er mich an. Mensch Hermann, hurra, ich bin in der Zeitung. Sag ich, gratuliere, Kompliment. Mittwoch um 10 Uhr ruft er wieder an. Heulen. Sag ich, was ist los? Sagt der Hermann. Der erste DAX-Konzern hat bei mir angefragt, wegen dem Vortrag. Sag ich, ja, wo ist das Problem? Sagt er, ich kann nur 5 Minuten. Meine Mama kommt aus Freising. Wer ich nicht vergesse, meine Mama ruft mich an und sagt, Hermann, du bist doch Speaker. Sag ich, ja, ich bin Speaker. Sagt sie, Hermann, bist doch ein guter Speaker. Sag ich, Mama, eine blöde Frage. So schlecht bin ich jetzt schon nicht. Sagt sie, Hermann, bist doch der beste Speaker. Sag ich, Mama, was soll der Schmarrn? Sagt sie, pass auf, Hermann, in der Zeitung, Freisinger Tagwort ist der beste Speaker Deutschlands. Sag ich, Mama, ehrlich, ich? Nein, eben nicht, du. Sag ich, was los, Mama. Schickt sie mir die Zeitung. War ein Teilnehmer von meinem Ding. Volker Wiedemann, bester Redner der Republik. Mich hat der Schlag getroffen. Also, so geht die Inszenierung hier. Die hat dann noch eins draufgesetzt. Sie ist Europas beste Vortragskünstlerin. Marken werden gemacht. Und darum ist meine Frage an euch. Seid ihr leidenschaftlich? Ich spüre es, es kommt. Ja, keine Frage. Also, und mit Leidenschaft, ich meine nicht diese doofen Nummer mit Leidenschaft, weil Leidenschaft ist nicht so was, Leidenschaft heißt nicht heute Tschakka, Hurra und so weiter. Leidenschaft ist so eine Lebensleidenschaft, so dieses ever, ever, ever dranbleiben. Gibt es nur diesen schönen Witz von, ich weiß nicht, ob es ein Blondinenbrunetten ist, es ist dummerweise so ein genderblöder Witz, aber ich kann anders nicht erzählen. Also, eine junge Dame sagt zum Professor, lieber Professor, ich würde wirklich alles, 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 alles tun, um die gute Note zu bekommen. Und der Professor sagt, alles? Und sie sagt, alles, alles. Und er sagt, hey, wirklich alles, alles, alles? Und sie sagt, ja, Herr Professor, ich werde alles tun. Und er, auch lernen? Und ich werde ganz häufig gefragt, danke euch. Ich werde sehr häufig gefragt, Hermann, was ist das Erfolgsrezept von Menschen, die dann irgendwo Gas geben? Warum sind die einen erfolgreich, weil die anderen nicht erfolgreich? Es ist, sorry, total banal. Es ist die Fähigkeit, mit Zweifeln umzugehen. Darum mache ich regelmäßig Beerdigungen, ich beerdige den Zweifel. Wie sagte Shakespeare so schön, unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, das wir häufig erreichen und nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu wagen, eben erst gar nicht tun. Ich kenne zwei Arten von Menschen. Wenn ich in Positionierungsgesprächen bin, Beratungen bin, die einen gehen raus, geben Gas, stolpern, ja, gehen weiter, neue Richtung, gehen weiter. Die anderen triffst du zwei Jahre später, irgendwo am Flughafen, sagst du, hey, wie läuft's? Dann sagt er, ja, wir feilen gerade noch an der Positionierung. Die sterben mit einer Feile in der Hand. Das ist so. Meine These dazu, Intelligenz ist unser Feind. Wir sind häufig viel zu schlau, um die Dinge auf die Straße zu bringen. Die Amis, weil du findest immer Gründe, warum irgendwas nicht gehen kann. Hurra, und da finde ich immer Tausende. Wir haben auch zu viele Optionen. Wisst ihr, ich habe mal gedacht, ich muss erst alle Frauen dieser Welt ausprobieren, bis ich mich entscheiden kann. Dann habe ich mal hochgerechnet. Dann war klar, ich bin tot, bevor. Irgendwann musst du sagen, wie ist es jetzt, auch wenn es noch Optionsschnecken gibt. Das ist so. Aber wer sein Leben lang sich nicht entscheiden kann, verbringt sein Leben im Flur und nicht in der Tür. Also, die Amis machen das viel einfacher. Die sagen, to be stupid enough to push the button. Deppert genug zu sein, um auf diesen Knopf zu drücken. Und was machen wir gern? Wir untersuchen den Knopf. Oh, passt der überhaupt. Und dann gibt es die Schlimmsten. Und das sage ich euch gleich, falls nur ein einziger von euch auf mich zukommt und mir danach diese Frage stellt, die ich so oft gestellt bekomme. Und dann kommen Menschen auf mich zu und sagen, Hermann, habe ich das Potenzial? Wenn ihr das macht, dann schalte ich Facebook Live ein, schalte Instagram Live ein und werde euch verlaufender Kamera töten. Weil es eine Frechheit ist. Eine absolute Frechheit euch selbst gegenüber, dass ihr irgendeinen drittklassigen Kasperl wie Hermann Scherer, und selbst wenn er erstklassig wäre, fragt, ob ihr Potenzial habt. Denn jeder von uns hat Potenzial, ein riesiges Potenzial, das ist heute nicht mehr die Frage. Die Frage ist nur, ob ihr selber dran glaubt. Und selbst wenn ich euch sagen würde, dass ihr Potenzial habt, das Einzige, was ihr bekommt, ihr bekommt ein schönes Fremdbild, aber kein gutes Selbstbild. Und darum diese Potenzialfrage, schlimm, weg damit. Und viele sagen, ich habe aber kein Talent. Du brauchst kein Talent. Ich lehre an 18 Hochschulen. Wissenschaft hat längst bewiesen, Talent ist überbewertet. Das brauchst du oben. Talent macht dich vom tollen Klavierspieler zum Wolfgang Amadeus Mozart, oder was auch immer. Jeder kann alles, wenn er nur eine Zeit lang dranbleibt. Und du brauchst einen mentalen Trigger. Der ist wichtig. Bestes Negativbeispiel bin ich. Ich hatte mal Gitarrenunterricht. Eine einzige Stunde. Und während ich so dahin klampfe, sagt die Lehrerin zu mir, Hermann, wurdest du mal am Arm operiert? Nein, warum fragen sie? Sagt sie, du spielst so. Da war die Nummer durch. Jetzt stellt euch mal vor, die Frau hat gesagt, Hermann, du spielst für den jungen Gott. Dann würde ich heute... Und jetzt ganz wichtig, Marken haben, Marken! Vielleicht kann ich euch kurz ein ganz armes Bild versetzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stadt da hinten kennt. Das ist Leningrad. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr nicht, was die Deutschen mit Leningrad gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Es war die Stadt, die man nicht mit Waffen einnehmen wollte, sondern die man reinmarschieren wollte und die Toten schon da liegen sollten, serviert. Weil diese Stadt wurde nur belagert mit dem Ziel, warten, bis alle tot sind. Die Lebensmittelzufuhr wurde abgeschnitten. Die Lebensmittelvorräte wurden zerbombt. Und dann ging es über ein Jahr warten, bis sie alle verrennen. Es gab einen Zeitpunkt in Leningrad, an dem wurde dokumentiert, dass es kein einziges Fenster mehr gibt, in dem noch Fensterkit drin war, weil die Leningrader diesen Kitt rausgefressen haben, weil so ein Kitt drei Tage lebensverlängernd war, als eben ohne Kitt. Das war der Tag, der weitaus später war, als der Tag an dem festgestellt wurde, dass es keine Tiere mehr in Leningrad kamen. Keine Pferde, keine Katzen, keine Hunde, keine Ratten, keine Tauben, alle gefressen. Übrigens wurden in der Stadt nicht nur Pferde und Tiere gefressen, sondern sogar... Es sind am Tag über 10.000 Menschen gestorben. Über eine Million ist verreckt, weil das unser Ziel war. Ich entschuldige mich heute noch als Deutscher dafür, noch dass das der Fall ist. Ich entschuldige mich noch mehr dafür, dass selbst mein Vater an der russischen Front gekannt hat. Wenn ich jetzt aber diese Stadt anschaue und diese wunderbaren Bilder sehe, dann stelle ich mir die Frage und die These auf, vielleicht war es genau dieses Schlimme, dieses Dramatische, was danach zu dieser großen Größe, zu dieser großen Macht, zu diesem wunderbaren Glanz geführt hat. Und wenn ich heute New York anschaue, wo ich feststelle, es gab vor 9-11, nach 9-11. Wenn du vor 9-11 in New York hingefallen bist, hat man dich liegen lassen nach dem Motto, hey, die Stadt ist schnell, ist speedy, hau weg, das Zeug vorbei. Jetzt kannst du New York gar nicht mehr hinfallen. Die fangen dich schon auf, bevor du in der Fluglinie bist. Und wenn ich meine 5 Millionen Schulden anschaue, dann bin ich heute der Meinung, wahrscheinlich war es gut, dass ich die 5 Millionen hatte, weil ich anders vielleicht nicht so groß denken konnte, wie ich es eigentlich wollte. Und wenn ich euch anschaue, dann habt ihr wahrscheinlich alle schreckliche Narben schon erlebt, schreckliche Geschichten erlebt, Dinge erlebt, die wahrlich nicht gut waren. Und vielleicht habt ihr heute noch Schmerzen und Wunden und viele, viele Dinge in dieser Richtung. Und vielleicht ist genau dieser Punkt der richtige und wichtige und entscheidende Punkt, um vielleicht genau aus diesen Narben das Großartige zu machen, eben nicht darunter zu leiden, dass man sie hat, sondern vielleicht sogar auf die Bühnen dieser Welt zu gehen und anderen Menschen zu helfen, die genau diese Narben haben, weil wir es brauchen, die Welt zu wandeln. Und darum heißt auch diese Stadt nicht mehr Leningrad. Sie heißt heute, weil es sich einen neuen Namen gegeben hat, St. Petersburg. Und ich möchte euch bitten, egal wie viele Leningrade ihr erfahren habt in eurem Leben, macht euer Petersburg daraus, um Menschen ein wenig wertvoller zu machen, als sie eh schon sind. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch von Herzen. Und das heißt natürlich, wir müssen loslassen. Das ist keine Frage. Wir müssen loslassen von den Dingen, die wir haben. Und wir Menschen lassen fast nie los. Wir wollen schon den neuen Job haben, aber den alten nicht kündigen. Wir wollen einen neuen Partner haben, aber dem alten nicht sagen, dass Schluss ist. Wir wollen so vieles an neuen Dingen, aber erreichen wir es oft nicht. Loslassen. Über 80% aller Wirtschaftsfehlentscheidungen gehen darauf zurück, dass wir festhalten. An wie vielen Strategien haltet ihr fest? Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie teuer waren. Wir sind immer wieder Festhalter geworden. Das heißt, wir müssen manchmal sogar loslassen von Gewohnheiten, die uns andere aufobtruiert haben. Es gibt eine wunderbare wissenschaftliche Studie dazu. Es wird mal überlegt, wie sehr ticken wir, wie die anderen ticken. Und dabei kam eben raus, dass eben alle das tun, was andere tun. Man hat das in einer Augenklinik gemacht. Der Film ist mittlerweile recht bekannt, sehr viele meiner Kollegen. Man hat in einer Augenklinik einen Patienten drin gehabt und der Rest waren Schauspieler. Und jede Minute hat es in dieser Klinik gepiepst. Und dann hat man eben geguckt, die Schauspieler sind in dieser Minute aufgestanden, und dann hat er sich wieder hingesetzt bei dem Pieps. Und die Fragestellung war, was wird mit dieser einen echten Person passieren? Wird die auch mal aufstehen? Und wenn ja, wie lange dauert es? Habe ich den Film mal mitgebracht. Das war das Ergebnis dieser Studie. Und wenn wir diese Frage stellen, wir haben eine Schauspieler für die Schauspieler zu sehen, ob diese Frau stand auf den Sound dieses Tone einfach weil alle anderen ist. Du kannst dir denken, dass du niemals mit dem gehen würdest. Oder würde du? Elaine, bitte. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group, without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Jetzt kommen echte Patienten dazu. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to go. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Also, so geht es weiter. Darum halte ich fern von negativen Menschen, denn Sie haben, Sie beginnen, Lösung, ein Problem. Und was wir in Wirklichkeit brauchen, das heißt Regelbruch. Wir müssen Regeln immer wieder brechen. Selbst die hochseriöse Hochschule St. Gallen, an der ich lernen darf, hat mittlerweile einen Lehrstuhl für Guerillatechnik. Dann sage ich, was heißt ein Guerillia? Ich sage, das heißt Regelbruch. Dann sage ich, was bitteschön ist Regelbruch? Dann erzähle ich die Geschichte von den beiden Bauern, die ihren Esel für 400 Euro verkaufen wollten. Dann stirbt denen der Esel weg. Sagt der andere, kein Problem, das kriegen wir schon noch hin. Dann kommt der zwei Wochen später und sagt, du, ich habe für den toten Esel noch 398 Euro bekommen. Sagt der, wie für den toten Esel? Sagt der, ja, habe eine Tombola durchgeführt. 200 Lose, A2 Euro, Hauptpreis ein Esel. Sagt der andere, hat sich denn da keiner beschwert? Sagt sich, doch, 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 der, der den Hauptpreis gezogen hat, dem habe ich das Geld zurückgegeben. Ja, also, so funktioniert Fernsehen. So funktioniert Fernsehen. Ich habe eine eigene Fernsehshow in Hamburg, täglich eine Stunde. Mich trifft der Schlag, das müsst ihr ja finanzieren. Also machst du irgendwelche Gewinnspiele mit toten Eseln. Also, Regelbruch. Mein Lieblingsfilm dazu. Eine Minute, eine Minute, bitte. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. I gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me. Do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Also, wir müssen die Welt auf den Kopf stellen. Wir müssen die Welt anzünden. Das geht anders gar nicht mehr. Die Wissenschaft ist sich längst einig. Veränderung findet nur im Chaos statt. Bitte, haut rein, dass es Chaos gibt. Wenn ihr lernen wollt, wie Chaos funktioniert, ich hätte eine Übung für euch, bitte nur mental durchspielen, nicht in echt. Aber mental, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt zu eurem Schatzi, sagt doch einfach mal, du Liebling, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich dich noch liebe. Nur zum Üben, nur zum Üben. Ihr kriegt in der Regel zwei Antworten. Antwort 1, gut, dass du es ansprichst. Oder was auch immer. Und das Schöne ist doch heute, du kannst auf dieser Welt alles erreichen. Was du nicht kannst oder hast, kannst du dir kaufen, antrainieren, was auch immer. Du brauchst eine bessere Dramaturgie, hol dir einen Dramaturgen. Du kannst schlecht sprechen, hol dir einen Stimmtrainer. Du kannst irgendwas anderes schlecht, hol dir einen Experten dafür. Du bist selbst ein Idiot, hol dir einen Partner. Also, irgendwas geht immer. Und der Hauptpunkt ist, und mein Team hat gesagt, ich muss dieses Bild reinführen, weil ich darf nicht Fäkalsprache sprechen, aber jetzt kommt einmal Fäkalsprache, weil ich liebe diese Fäkalsprache. In dem Fall, mein Lieblingssatz, zwei Jahre scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Das passt. Die meisten wollen nur Bier. Und das ist großartig. Und bitte, ich kriege eins mit, und bitte denkt da immer dran, ihr seid ja alle noch zwei Jahre jünger als ich. Alles im Leben ist ein Tauschgeschäft. Es gibt nichts, was nicht Tausch ist. Ihr habt gerade Zeit eingetauscht, 35 Minuten, um hier zu sitzen. Ich hoffe, ihr gebt mehr mit, als diese 35 Minuten wert sind. Egal, was ihr tut, ihr tauscht immer. Und was wir brauchen, ist logischerweise eine Tauschphilosophie, Tauschecke, um das zu tun. Und wenn Menschen, zumindest in dem vernünftigen Alter, irgendwo dastehen, übrigens, da stehen und sagen, Mensch, ich habe kein Geld, dann haben sie in der Regel schlecht getauscht. Das ist so. Und bitte, tauscht immer. Ich bin Flüchtlingskind, aus Jugoslawien, und ich bin immer mit einem Bus nach Jugoslawien gefahren. Und da war immer ein Bettler dabei, Karl, der Bettler, der konnte nicht gehen, immer wenn er gegangen ist, dann musste der, war wie so ein Hampelmann, der konnte nicht anders gehen. Und ich habe damals noch gar nicht realisiert, was der gemacht hat, aber der ist in Jugoslawien immer, der ist nicht in den Puff gegangen, der hat den Puff gekauft. Und ich habe immer gesagt, Mensch, Karl, wie machst du das? Du bist doch Bettler. Ich sagte ja ganz einfach. Ich bettele 220 Tage im Jahr, kriege 400 am Tag, sind, ich habe es jetzt runtergerechnet, auf die Hälfte sind 44.000 netto bar auf die Hand, auf die Tatze. Bei 400 sind das 88.000 Euro netto bar auf die Hand. Ich will damit nur sagen, solltet ihr weniger als 88.000 Euro und netto bar auf die Hand im Jahr verdienen? Könnte man über einen Berufswechsel nachdenken. Und das meine ich ernst. Aber wir denken dabei so digital, digitales Denken als bei uns. Wir denken immer so, yes oder no, geht es oder geht es nicht, kriegen wir es hin, kriegen wir es nicht hin. Ich darf den VDI betreuen, Verein Deutscher Ingenieure. Dann sagt der Präsident zu mir, Scherer, wir denken so digital, ich erzähle Ihnen jetzt den Witz, danach haben Sie es verstanden. Dann sage ich, Mensch, Herr Präsident, ich habe noch nie ein Witz-Briefing erhalten, aber hauen Sie rein. Sagt der, pass auf, treffen sich zwei Ingenieure. Sagt der eine zum anderen, ui, neues Fahrrad. Sagt der andere, ja, stell dir vor, gestern Abend, ich gehe gerade so durch die Stadt, radelt eine Frau an mir vorbei, sieht mich, springt vom Rad, reißt sich die Klamotten runter und sagt, nimm dir, was du brauchst. Sagt er, habe ich das Fahrrad genommen. Sagt der andere Ingenieur, gute Wahl, die Klamotten hätten eh nicht gepasst. Und das ist digital und das macht keinen Sinn. Und darum möchte ich euch zum Abschluss einen Satz sagen, bitte, das Gegenteil von Zweifel ist Commitment. Commitment heißt, die Dinge durchzuziehen bis zum Bitteren Ende. Und wenn meine Mentees scheitern, dann scheitern sie zu 99% an fehlenden Commitment. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die Commitment verbietet. Vielleicht noch ein Bild dazu geben. Wenn du als Arbeitnehmer einen Mist baust in Deutschland und deine Firma ruinierst, dann ist dein Arbeitgeber immer noch verpflichtet, dir ein gutes Zeugnis zu schreiben. Du kannst Milliarden in den Sand setzen, in einem Zeugnis steht drin, du warst großartig. Nirgendwo wird mehr gelogen als in Arbeitszeugnissen und am Trauertal. Und wenn du bitte Kinder anschaust, dann erlebe ich genau das Gegenteil. Meine Tochter ist jetzt in der vierten Klasse, hat eine Klasse übersprungen, warum auch immer. Also drei Jahre Schulerfahrung, in diesen drei Jahren sieben Kinder zurückgesetzt worden. Ich finde das eine Frechheit, dass Menschen, die erwachsen sind und die eigentlich für ihren Dreck einstehen sollten, ein gutes Zeugnis kriegen. Ein Kind, das noch in der reife Phase ist, das natürlich noch tausend Fehler macht, das kriegt dem Zeugnis eine Sechsgezahrein. Das wird gesagt, dass es nicht geht. Aber das macht keinen Sinn. Dankeschön. Und was es braucht, ist Commitment. Es ist Commitment, die Dinge durchzuziehen. Ich weiß nicht, wer Sie vergessen, ich habe einen Auftrag bei Siemens gehabt, irgendeinen Workshop. Ich bin damals in einem Nagel neuen Nachtblauen Porsche, 9-11 Richtung Siemens gefahren. Machen einen Totalschaden, alles kaputt, Auto kaputt, anderes Auto kaputt. Zum Glück keinem was passiert. Abschleppwagen kommt, ich steige ins Auto ein, zum Abschleppwagen, der sagt, wo soll ich Sie hinbringen? Ich sage natürlich zu Siemens. Also ich gehe zu Siemens hin, mache meinen Workshop, irgendwann so nach dem Workshop, Kamingespräch, kommt der Bereichsleiter, sagt, Mensch Jera, wie war eigentlich die Anreise? So, jo, ich habe einen Elfer geschrottet, aber sonst war alles in Ordnung. Sagt er zu mir, wenn wir einen Elfer geschrottet hätten, wären wir heute nicht gekommen. Sage ich zu jemandem, genau das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Und das soll nicht so arrogant klingen, wie es gerade klingt, das soll einfach heißen, halte dein Wort, zieh es durch und bringe die Dinge voran. Wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, ich habe keinen Pitch, ich habe kein Angebot, ich habe keinen Stand, ich habe gar nichts, aber ihr dürft mir gerne eine E-Mail schreiben, ist ganz, ganz einfach, info.sharer.us, United States, das ist es schon, ihr könnt auch schreiben, hab dich lieb, dann ich antworte auch, schreibe dann auch, ich hab dich auch lieb, info.sharer.us, das mache ich sehr, sehr gerne und ihr wisst alle, am Ende unseres Lebens kommen wir Menschen alle in die Phase der Heuer. Interessanterweise bereuen wir sehr selten die Dinge, die wir getan haben, wir bereuen viel mehr die Dinge, die wir nicht getan haben. Geht bitte raus, zündet die Welt an, meinen Segen habt ihr dazu. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Herrmann, vielen, vielen, vielen Dank. In unserem aller Namen kann ich, glaube ich, sagen, war ein fantastischer Vortrag. Vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt Mittagspause und machen weiter um 15 Uhr geht es weiter. Wunderbar. Bis gleich. Danke. So, jetzt nochmal ein Foto. Vielen Dank.